Und wie versprochen gibt es jetzt Musik. Neben mir steht da Frank Neuenfels heute bei uns zu Gast. Er gehört mit zu den erfolgreichsten Schlager- und Popschlagerinterpreten hier bei uns in Deutschland. Und das ist sein aktuelles, sein zweites Album. Es heißt Halleluja. Unter anderem ist da auch ein Coversong drauf, beziehungsweise nicht ein Coversong-Duett mit seinem guten Kumpel Michael Wendler. Und zwei Songs werden wir heute von ihm live bei uns in der Sendung bekommen. Wir sind sehr, sehr froh, dass er hier ist und gleich werden wir auch noch eine Menge zu erzählen haben. Wir haben jetzt erstmal live für euch hier im Studio Frank Neuenfels und los geht's mit Verliebt in eine Tänzerin. Danke schön. Ich sah sie in der Disco. Kannst du tanzen? Fragte sie. So bitter mein Fiasko, denn das konnte ich noch nie. Da kam der coole Typ an. Willst du tanzen? Fragte sie. Da strahlten ihre Augen und weg war sie mit ihr. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. Nur leider tanzte ich noch nie. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. Ich würd ja tanzen, weiß nicht wie. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. Sie tanzt so anmutlich und stolz. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. Doch meine Beine sind aus Holz. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. 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 Ja. Ich bin verliebt in eine Tänzerin. 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 Frank Neuenfels, verliebt in eine Tänzerin. Das könnt ihr alles hören auf seinem aktuellen Album. Halleluja. Gleich gibt es noch viel mehr zu quatschen. Und wir werden ihn noch zum zweiten Mal bei uns im Studio sehen. Bleibt definitiv bei uns bei NRW Live. Kurze Pause, noch ein bisschen weitere Musik. Gleich wieder da für euch. Vielen Dank. Danke, sehr gerne.